So liebe Leute, weiter geht's heute mit Dwifklamm und nachdem wir uns am letzten Mal so richtig auf die Fresse gekriegt haben, geht's heute mit Dwifklamm weiter. Auf geht's! Was ist das hier? Hakenpidgeot-Konzept, okay. So. Werner? Ich versuche an meinem Thomas von Sonja, das ist mal ein zweiter geworden. Was ist so gefährlich, also der Wiones von Sonja? So. Wo sind wir bei Ihnen? Wo ist unser Mann? Schule! So, ich bin eins für die Wände, diese Wände zu uns. Wo ist unser Mann? Das ist es. Oh, ist dieser Mann? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hatte dich schon. Da wollte ich das Spiel nicht unbedingt, dass ich vorbeigehe. Jetzt wüsstest du mir wieder noch... Wüsstest du mir gar nicht. Also wie ziehst du auf die Masse? Es wird nicht einfach werden, die dort zu passieren jetzt. Immer wieder, wenn ich reinkomme... Immer wieder, wenn ich wieder rankomme, dass man vorbeigehen kann. Ich krieg sie nicht. Wie wird das Ding hier gewinnen? Ich hab's gedacht, dass wir nicht da sind, oder auf dem Ding hier. Immer... Ich war einmal vorbei an hier. Da habe ich den... Da habe ich den Quersteher drin gehabt, dass ich nicht reinkomme. Wenn ich dann hier vorbeikomme. Ne. Schade. Ne. 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 Schade. Ja, momentan haben wir es nicht mit dem Gewinnen. Gut. Haben wir es schon fertig, Leute? Ja, tatsächlich. Gut, dann sind wir schon durch, Leute. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Bahn-Deport-Draft. Tschüss.